Ein neuer Tag, ein neuer Booster und damit wieder mal herzlich willkommen hier. So, ja das obligatorische Kartensortieren hier wie immer und dann legen wir heute los mit Doctor Strange. Dann haben wir eine weitere Puzzle-Karte von Iron Man, die hatten wir aber schon. Kommt erstmal beiseite. Whirlwind, ein Bösewicht in Holo. Dann haben wir Blade und Harry Osborn. Ja, dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.